Es ist heute ein Flashflug unterwegs, habe ich festgestellt. Wir haben noch Niederigwasser im Seetalplatz in Emmerbrück. Ich fahre jetzt bloß aufwärts mit dem Auto und hole die Welle ab. In Litau erste Becht springen Wasser. Die kleinen Emmer, deshalb ist sie trüb. Aber immer noch Verhältnismäßiges Niederigwasser. Also im Alpen haben wir schon Höchwasser. Ich gehe wieder zurück. Ich bin wieder zurück in Litau, das Höchwasser ist noch nicht getan. Ich finde es nur tiefe spoons. Dann den Bereich Eisboden mit der K 퇴�secchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.